yo servus leute und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren video hier auf unserem kanal heute und heute gibt es ein live commentary in dem neuen call of duty infinite warfare leute ja wir haben langer video gebracht und ja natürlich kommt das neue call of duty raus da müssen wir natürlich videos bringen und erst mal 3 2 1 let's go wir spielen die nv4 mit schaden verschafft und weiß ich gerade gar nicht ausfüllen ich verämmel immer so heftig alle manchmal konzentriert sich einfach gut du fotze alter meine fresse na komm dann hole ich mir schön komm los hallo ich muss jetzt so sweat mann er kommt von einem fucking wall run mann immer alle immer auf mich geiern das ist so krass jungs schaut euch das an wie ich verämmel sind nicht mehr normal was ist denn los bei mir kom doch aument durchschießen Oh wie er mich verfolgt so ein räudiger Hurensohn alter was haben hier die Claw geht da nicht schön recht ab manchmal weg weg Boah Drohne raus Konto Drohne Oh da kommen wir glaube ich Habe ich So die kommen jetzt da wieder Habe ich Ich suche mal ein Worten zu erreichen Oh da gehe ich lieber weg Oh mein Gott ich habe Worten Worten raus Jungs 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 Was ist das für ein Teil? Was ist das für ein Teil? Oh Mann Aha Was ist das für ein Abfuckteil? Ach du Scheiße Was? Schon wieder so ein Teil Was ist das für ein Abfuckmann Oh Mann Boah Alter willst du mich verarschen? Oh Mann 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 Oh dass wörend man Ärmer Ch lettere ein kurzes Video von Team Deathmatch, wie so Call of Duty ist, 336, 5er, 5er, 5,5er KD kann man eigentlich sehen lassen, ja. Wie gesagt, damit ihr auch was zum Sehen an, Call of Duty Infinite Warfare ist natürlich draußen und yo Leute, ich finde es auf jeden Fall nice, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so von dem Game haltet, das ist jetzt zwar ein bisschen Zukunft, ist ja klar, aber ich finde eigentlich das Gunfight und, also das finde ich eigentlich alles voll geil, also keine Ahnung, schreibt es jetzt runter, was ihr meint, ich finde es eigentlich schon, dass ein Spiel ist, dass man suchten kann und ja, ich würde sagen, das war es dann schon wieder von dem Video, haut da rein, gebt ein Like oder ein Abo, bla bla bla, ihr wisst den übligen Scheiß und ja, auf jeden Fall, haut da rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao!